Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 9959 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe in vielen Call-Centern gearbeitet. Dieses Call-Center behandelt Kunden und Mitarbeiter fair. Ich habe in vielen Call-Centern gearbeitet. Dieses Call-Center behandelt Kunden und Mitarbeiter fair. Dieses Call-Center behandelt Kunden und Mitarbeiter fair. Das Smartphone ist ein wichtiges Kommunikationsmedium. Das Smartphone ist ein wichtiges Kommunikationsmedium. Das Smartphone ist ein wichtiges Kommunikationsmedium. Manche sind süchtig danach. Irgendwie bist du nicht ganz bei der Sache. Woran denkst du? Irgendwie bist du nicht ganz bei der Sache. Woran denkst du? In der Reha haben sich alle sehr um mich gekümmert. In der Reha haben sich alle sehr um mich gekümmert. Meine Motivation für den Sport war der Wunsch, fit und gesund zu bleiben. In der Küche gibt es viele Vorschriften, aber das Wichtigste ist die Sauberkeit. Ich habe meinem Vater alles beigebracht, was man über diese Spiele wissen muss. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist die Sauberkeit. Ich habe die Sauberkeit. Untertitelung des ZDF, 2020